ein wunderschönen guten morgen es ist 8 uhr 27 und wir blicken einmal auf die trading range die wir haben wir sind unter 70 das so dass ich sage bei unter 70 werde ich wieder auf 15 gehen und dann auch schon die boxen wieder ganz normal um 8 uhr 30 platzieren wir haben aktuell ein short trade laufen in der box das ist er seit einer minute läuft der trade acht oder zwei minuten wir sind short in dem ersten mtx box trade das gewinnt sie liegt hier bei 58 gucken ob der dreht sich da entwickelt für uns und dann blicken wir einmal auf die blue boxen des gestrigen tages wir sehen große boxen hier 100 130 wir sind hier auf dem minuten chart und da war eine 29er box gestern in der nachmittags session und die ist direkt auch in dem ersten in den gewinn gelaufen danach halten wir nach wie vor ausschau boxen unter 30 und boxen unter 20 das sind die idealen voraussetzungen blicken wir auf die vola box macht es mal ein bisschen kleiner hier vola boxen und schon direkt gleich auch mal in die vola boxen rein wo sie rauskommen so vola box 14.484 14.484 das heißt hier irgendwo kommt die die box rein 14.484 aktuell sind wir 60 ja also gut dann ein blick auf unsere dailies wir fangen an mit bitcoin daily short vier stunde long stunde long 30 long 15 short und 5 auch short und heute ist crypto thursday alle zwei wochen heute zehn uhr fünf hier in diesen live trading raum kommt robert heute noch mal mit crypto updates ich freue mich schon drauf nächster markt hier ist der dow jones in der chronologisch dow jones gestern jahr zins anhebung wie erwartet 0,25 daily short vier stunde long stunde long 30 long 15 long und 5 minuten auch long dann nächster markt ist nasdaq daily short 4 stunde long 4 stunde long 30 long 15 long und 5 minuten auch long daily long 4 stunde short stunde long 30 long 15 long 5 minuten auch long gold und der letzte markt ist dax daily short 4 stunde long und 5 minuten auch long und und unser mtx trade meine damen und herren ist in den gewinn gelaufen erster trade heute und 0,05 erreicht somit haben wir den ersten trade für unser video tagebuch mit mtx heute begonnen wünsche euch allen youtube einen erfolgreichen handelstag wir machen jetzt im live trading raum ganz normal weiter und morgen ist kein trading morgen ist auch kein eröffnungs trade weil morgen großer verfallstag ist wir hören uns denn erst wieder am montag zeichnen wir jetzt mal auf 8 8er trade 8er trade es ist donnerstag der 17 dritte 22 markt schaukelt sich auf ein paar punkte fehlen noch unser gewinn ziel voluminas 9 uhr 50 9 uhr 50 10 10 10 10 10 11 gewinn und 0,30 halbes prozent und der markt jetzt natürlich stück hier noch tiefer so der trade wurde aufgezeichnet und nochmal unser ergebnis 0,51 nach dem traden ist vor dem traden ihr wisst bin ich sehr kaffeedurstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren